Musik Okay Leute, es ist jetzt 23 Uhr irgendwas, dann gehen ich und mein Portal Doli abholen. Wir gehen jetzt Doli abholen, ne? Den Rucksack, er wird flitzflopstern. Was hast du gerade, was du brauchst? Ich weiß nicht. Okay, ist das klein oder ist das große? Das kleine. Ist nichts Überkrasses. Ist nichts Überkrasses. Ist nichts Überkrass. Ja. Du hast gedacht, du willst eine Powerbank. So, was brauchst du noch? Ja. Ich habe eine Schalt-Somber-Slay gewollt. Ja. Du riechst gut. Und die Maus hat mich jetzt ausgeschlossen. Sollte das lustig sein? Ja. Ja. Hey, Joni, meine Schuhe. Sarah, bist du sauer? Hey, bist du sauer? Ja. Dann gehen wir erstmal Lackdach. Wir gehen zu meinen Eltern ins Restaurant. Hast du eine Maske, ich nicht? Ja, ich habe eine. Was ist los? Du machst das extra. Sie ist sauer auf mich und das interessiert mich nicht. Ich denk so, hey, warum fährst du? Ich weiß nicht. Warum bist du an Steuern? Weil aus Gewohnheit setze ich mich in meinem Auto noch ins Steuer. Ja. Aber wenn ich da bin, hockst du dich nie an Steuern. Ich weiß nicht. Sag was, komm, ich fühl dich. Nein. So, zeig jetzt mal deine Parkkünste. Warte, ich muss erstmal näher rein. Hier rein? Ja. Ja. Ja, da passt du kein LKW rein. Ja. Oh mein Gott, ich habe Angst, wenn sie parkt. Schön an Bord stehen, genau. Geht es ein bisschen nach vorne? Wiehst du? Du kleine . Richtig leckeres Essen. Die Eltern von Sarah. Das ist das. Wir haben uns extra ein Sandwich gemacht. Loli wird jetzt gezwungen, nach Julia zu essen, ne? So, wir sind jetzt im Aufzug von Dad. Was? Hallo. 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 Bericht euch, bericht euch, bericht euch. Hey, der Kültrost. Oh, oh, oh. Ich habe gerade die erste gefragt, ob die Zitrone hat. Weil die kennt mich ja. Zitrone mit Mineralwasser und Salz. Hähä. Hähä. Du wirst es! Hähä! Lääh! Waaain! Dein! Da! Da! Du wirst es. Ah! Bäääähä! Hähäähä! Okay, komm, dann muss ich mal holen. Nein, der war hier eben. Coolen Puddy hast du, Bro. Der hat schon so mensch. Der versagt direkt, ist gefällig. Wie viel mehr ist das, das nicht? Ne. Ist aber nicht so wie das. Okay, Balenciaga, Zomi. Okay, nein, es ist miss. Neee, das ist. Just when I think I need an old, but my witch can't shoot. Wie viel mehr Filmen? Weihnachten! Ja? Hast du das in den Ofen gemacht? Ja, ja. Geiße. Hä, was... Wie kommt man auf die Idee, dass in den Barofen... Nein, das ich denke... Schmeckt an Plastik, glaube ich. Nein, Mann, das ist falsch. Mein Gott, der ist fast das ganze Ding. Der schmeckt normal, oder? Aber ich habe es genommen. Eine Pizza, Quattro Formaci mit Rucola und Parmesan und Käse. Wir gehen, weil die wollen Käfer rein, zu Hause schauen. Boah, Barisch, das war richtig ekelhaft. Was war das? Ich fühle, das war Suju für heute Morgen noch. Eins, zwei, drei. Das ist der nächste Tag. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Wir gehen jetzt zu Yassi und Barisch, weil wir wollten noch ein Video zusammen drehen. Wir sehen uns jetzt. Okay, komm. Schuhe an. Wir sind jetzt gepostet. Wir sehen uns diese Frau von der Topf nach der Bottom. Wow, sehr schön, sehr schön. Ich dachte, ich habe das Klo. Kannst du etwas für mich machen? Chicken wing, chicken wing, hot dog and villain with my homies Chicken wing, chicken wing Wenn sich kein Ex im Club Wenn sich kein Ex im Club als Latino fühlen Ich kann's besser Es ist ein Müll! Oh, zum einen Opa? Hey, Frau So eine Sura Ich schwöre, komm, was du ja nackt passiert ist einfach Ich schwöre überall Hast du Aufpickel? Hä? Leute, heute wird der Boris Neu eingekleidet Ey, ich finde das sieht krass aus Echt? Ich schwöre Bro, die ist S, geht's dir gut? Du musst L nehmen So Jappen zieh ich nicht an So sieht aber auch gut aus Ich bin übertrieben geschockt, was die Leute für die Kultur hier haben Mach Es ist zu D Aber zu gut bin ich reich, deswegen Oh mein Gott Ja Jetzt holen wir schön Supai Crap Und Jas Lass mich einmal abbeißen Nein Nein Au Au Ja Oh Steh Kleiner Workshop, wie man Fotos macht Was? Habt ihr gehört? Dann bin ich immer glücklich, wenn sie sagt Oh, da finde ich schon was Leute, wie schön sieht der Himmel aus Wahnsinn Ich schreibe euch Ich schreibe da rein Und schicke es euch zurück Leute, wir haben gerade unser Mookbang gedreht Und wir haben gerade uns dafür entschieden, dass ich Barisch mal umziehe jetzt mit den neuen Klamotten Oh mein Gott Bro, krass Oh mein Gott Wie ein Stuhl ist Hey mein Cousin Sieht schön aus Danke So, wir gehen jetzt heim Komm Eins, zwei, drei Du bist so unspantlich Mach du doch Mann So, der Tisch ist schon gedeckt So, Leute, mein Bruder ist jetzt gekommen Soll er ihn tan, soll er? Wir essen jetzt Jetzt wird gehen Gessen Und Dokkan freut sich schon Wollen wir gehen? Gessen Heide tschüss Dokkan, Kamera tschüss sagen Bye bye So, Sarah will jetzt Ich dachte, das Licht wäre aus Sarah, will jetzt meine Haare sein Warte mal Du machst das komplett falsch Ich weiß nicht doch als Mann Schau mal was du gemacht hast Ich sah aus dem Pinselkopf Was? Guck ihm die Kamera Hallo Papa woman der der Vielen Dank.